Musik 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 Was gibt's hier? Nix Egal ich komm hier hin Musik 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 Hallo Hallo Ich bin wieder weg Hallo Oh, der steht da Mh Mh Meins Gibt's denn aber auch noch? Wie komme ich denn da hin, Alter? Scheint noch nicht Ne, ich komme da nicht hin Das nehmen wir mal Dankeschön Speichern Mongo, Alter, dieser Typ zieht so gut Warte, was gibt's da? Ich komme von da oben sowieso runter, also Geh mal hin Come on Soll ich damit? Was ist denn schädte, Bob? Was ist das? Was ist die Hände? Quass sich das hier in der Mitte? Soll ich das? Ich bin der Fall Soll ich da hin, hierherbe ich mich nicht Und dann würde ich mich nicht Schöne und dann bin ich Einer Ich bin der Fall Ich öffne erstmal die Tür, glaube ich. Ich öffne erstmal die Tür. Okay, immer noch keine Ahnung, wofür ich den brauche. Wahrscheinlich, um den Strahl da unten zu stoppen, oder? Ja. Ich bin sicher, Bruder. Komm, ich bin so sicher, das ist unnormal. Speichern. Gibt's da was? Ich muss den Shit aber mitnehmen. Oder nicht? Ich bin jedenfalls davon ausgegangen, dass ich das mitnehmen möchte. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht richtig. Na. Okay. Komm mit, mein Sohn. Alter, du bist so ein... Ich bin echt, wie ich fühle, frage mich, als er braucht es denn. Gott, wir gehen nach rechts Das ist unfair Aua Bucky Aua Kann ich mal landen hier, oder? Ich muss den einen Zug machen, Alter Ja Leckt mich Okay, also Ohne Leben zu verlieren, muss ich das hier machen Okay, hier ist es Ich sollte nicht so auf DC sagen. Echt jetzt? Ich kann da nicht landen. Leck mich. Bitte, González. Wie das aussieht. Leck mich. Der Loot kann mich mal, Alter. Da was? Uh. Der Waffe steckt. Das ist der Hund. Jetzt greift er mich direkt an, dieser Bastard, Alter. Chillt, euer Lieb. Ich lerne einen neuen Skill. Okay. Let's go. Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT gedrückt halten, bis der Schwung vollständig aufgeladen ist und drücke dann A, um besonders hoch in die Luft zu schwingen. Okay. Hmm. Hmm. Der. Der God. Natürlich geht das auch nach links, gell? Hmm. Ich kann so erziehen. hier. Freunde. Ihr seid jetzt alle nichts mehr wert. Gibt's da was? So ein Bastard von Vieh, alter Oh, das ist so nice Ich liebe den Fuck Okay, das war zu gut, zu gringst Gah, das ist geil Okay, weiter Digger Digger Okay, jetzt war ich ein bisschen Stinks Gar nicht so einfach Ist gar nicht so einfach Hä, wieso springt denn der Da ab, Alter Diese Fisch Der Spassnerd Boah, ist das geil Und die Musik noch dazu Mhm So, das hier ist jetzt offen Wo habe ich gespeichert? Natürlich habe ich irgendwo Ich habe einen Backpackat gespeichert Cut! Ein bisschen Leben hole. Ich schwöre es euch Leute, dieses Spiel wird immer geiler, Alter. Man, ich bin so weit oben, ist so geil. Ähm, da drüben ist ja wohl nix, oder? Ich habe eh gespeichert, also. Irgendwas habe ich aber da drüben gesehen. Meine Augen haben was gesehen. Da, gibt's da was? Ich krieg miese Donnerschläge. Zeus wartet da, glaub ich. Egal. Was ist das? Das, Sir! Geil, Gumi, du bist ein Bruder, der lädt einfach wieder, wie geil ist das denn, Digga, da kriegst sogar ich Tränen, Alter, das ist so nice Eine fette Eule lädt wieder, geil Oh nein, nicht schon wieder ohne Scheiße Ähm, genau, da war ich ja schon, auszusehen Finde den Hulu-Berg Komm ich dir jetzt zurück? Geh, nicht auf diesem Wege Okay, irgendwo kann ich dort teleportieren, oder? Da, okay Das heißt, hier oben kann ich nichts mehr machen Könnt mich auch einfach ganz runterfallen lassen, aber das, wozu wir nicht teleportieren können? Ah, so gut Hey! Okay Okay Nein, nicht laufen Aber Hey, irgendwie, äh, spinnt es manchmal, muss ich schon sagen Ja, irgendwie, äh, wenn ich dann weiter nach oben ziehe, ähm Ja, dann läuft der auf einmal los Okay Okay Ähm 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 Hm, ne, ich will da Schalom Ich wollte nicht hier hin Kann ich sein, dass ich gar nicht, äh, sich da hinlaufen Kannst du? Gut dann Dann geht's eben Ja, ich kann anscheinend nicht dahin teleportieren Okay Geht's eben dahin Servus Holl ya! Ich bin Chopra Ich binrin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh! Ich bin hier! Was ist denn? Was geht hier so? Okay. Was geht hier so? Bruder. Bruder, chill. Hey. Ach so. Okay, das war jetzt nicht geplant, Digga. Lul. Lul. Ich kann da jetzt runter und diesen Fähigkeitenpunkt holen. Das machen wir mal ganz, ganz geschwind. Richtig mal. Digga, was für Feinde, Alter. Du Wuchensohn. Wer geht hier ab? Penner, Alter. Okay, komm her, mein Sohn. Den Wasser da stehe, hab ich direkt oder was? Was? Verdammt. Ich hätte einfach an die Wand gehen sollen, ich, Idiot. Aber. Junge. Warum hast du nicht gelernt? Aber, aber, okay. Das war nicht geplant. Genau. So, Was gibt's hier? Gar nix Muss ich jetzt echt zurück? Oh Gott Ist ja okay, brüte ich mal, mein Gott Warum war ich jetzt schon? Okay Das ist die Lezze, Beto, no? Junge, das sieht schon krank aus Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Fickt euch!